beispielsweise auf eine Art und Weise terrorisiert, inklusive sexueller Gewalt. Frauen sind vergewaltigt worden, Kinder sind entführt worden. Ich habe solche Kinder getroffen, als ich zuletzt in der Ukraine war, die zurückgekommen sind im Februar. Und die erzählt haben, was das bedeutet hat. Gehirnwäsche, der sie ausgesetzt waren in Russland, alles das ist passiert. Und deswegen sage ich, wir brauchen mehr militärische Unterstützung, damit wir, auch das ist hier schon diskutiert worden, in eine Situation kommen, wo auf Augenhöhe real verhandelt werden kann. Aber nicht über irgendjemand in der Ukraine lässt jetzt mal die Waffen fallen, sondern darüber, dass es zunächst einen Waffenstillstand gibt, aber dann einen wirklich nachhaltigen Frieden mit dem eindeutigen Existenzrecht der Ukraine. Den letzten Satz können Sie doch... Gott, und für den, was für ein NPC-Publikum ist das? Woher kriegt man das? Also wirklich. Also wo wir schon bei Gehirnwäsche sind. Welche Gehirnwäsche hat das Publikum hier durchlaufen? Ich sehe das mal, wenn ich mir solche Sendungen angucke. Also das ist nach irgendwelchen politischen Kriterien ausgewählt worden, dieses Publikum. Aber nochmal zur Ukraine und zu einem gerechten Frieden. So ein Frieden lag 2022 auf dem Tisch. Er wurde von Russland angeboten. Der Frieden sah den Rückzug aller russischen Truppen hinter die Linien des 24. Februars eine Demilitarisierung und Neutralität der Ukraine vor. Vor allem die Neutralität war die wichtigste russische Forderung. Also so ein gerechter Frieden, der lag auf dem Tisch. Die Ukraine hat das abgelehnt. Mittlerweile haben sich die russischen Forderungen verschärft, weil sich die russische Position verbessert hat. Also die Ukraine wollte diesen Frieden nicht. Und sie wollte ihn auf westlichen Druck hin nicht. Boris Johnson ist damals nämlich nach Kirche gefogen und hat gesagt, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. Mit Putin darf man nicht verhandeln. Wir liefern euch alle Waffen, die ihr braucht, um ihn zu besiegen. Das waren Boris Johnsons klare Worte. Und ja, wenn dein wichtigster Geldgeber und Waffenlieferant dir sagt, was du zu tun hast, dann beugst du dich dem als untertäniger Fasalenstaat natürlich. Und so ist es gekommen. Und jetzt herrscht dieser Krieg immer noch. Also hunderttausende Menschen könnten noch am Leben sein, wenn der Westen damals keinen Druck auf die Ukraine gemacht hätte, dieses Abkommen anzunehmen. Lexi schreibt gerade im Chat, da läuft keine Gehirnwäsche, da geht bei Applaus eine Ampel an. Ja, wahrscheinlich. Oder da steht so ein Typ mit Karten und sagt, oder hier nicht klatschen. Ja, das bringt mir einen Frieden mit dem Existenz, natürlich mit der Existenz und mit dem Existenzrecht der Ukraine, überhaupt keine Frage. Aber vorhin wurde ja zum Beispiel von Herrn Strunz gesagt, ja, wie kann man denn jetzt einen Waffenstillstand fordern, wo die Ukraine so schwach ist? Also da kann ich nur sagen, ich habe den auch schon vor einem Jahr gefordert. Und da war die Ukraine in einer viel besseren Verhandlungssituation. Und je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter wird die Situation. Das ist eine Lüge. Russland war immer zu Verhandlungen bereit. Also es stimmt einfach nicht, was hier gesagt wurde. Das müsste man hier jetzt mal antworten. Nein, Russland ist zu Verhandlungen bereit. Das ist eine russische Position. Was er sagt, das ist Propaganda. Es hat ja schon mal Verhandlungen gegeben. Und es ist doch ganz eindeutig, der Papst hat es gefordert, die Länder des Südens fordern. Es gibt doch immer wieder auch Wortmeldungen, auch von China. Jetzt hat gerade die Türkei wieder einen Friedensplan vorgelegt, der anknüpft an die Istanbuler Verhandlungen und der meines Erachtens gar nicht unrealistisch ist. Aber von westlicher Seite und auch, das muss man sagen, von Zelenskyj, werden völlig unrealistische Forderungen aufgemacht. Und zwar, Zelenskyj hat ja seinen Friedensplan präsentiert. Und der besteht darin, dass die Russen sich komplett zurückziehen, selbst von der Krim, dass die Schwarzmeerflotte abgezogen wird. Die Schwarzmeerflotte ist da nicht seit 2014. Die Schwarzmeerflotte ist seit 200 Jahren dort. Das ist für Russland ein strategisch wichtiger Stützpunkt, ob man sich das jetzt zu eigen macht oder nicht. Ich muss auch sagen, ich fand das Niveau der Debatte vorhin wirklich grenzwertig. Also mir zu unterstellen, dass ich irgendwie wegen 5% für einen Frieden bin, ich habe vor einem Jahr schon für einen Frieden geworben in der Ukraine. Ich habe eine Demonstration mit Alice Schwarzer gemeinsam geworben. Aber nicht in der Ukraine. So Wagenknecht hat er im Sommer 2022 schon für geworben. Also Wagenknecht, oder im Frühjahr sogar schon. Also sie hat sich schon immer für Verhandlungen ausgesprochen. Also nachdem dieser Krieg, da hat sie gesagt, man muss jetzt so schnell wie möglich alles dafür tun, dass dieser Krieg endet. Also das ist schon immer Wagenknechts Position gewesen. Sie war auch, bevor dieser Krieg begonnen hatte, für Verhandlungen mit Russland. Also wenn man auf Wagenknecht gehört hätte, dann hätte es diesen Krieg wahrscheinlich nicht gegeben. Und das möchte ich jetzt nur anfügen, der Westen wollte diesen Krieg. Der Westen hat sich darauf jahrelang vorbereitet. Der Westen wollte genau das, was wir jetzt sehen. Die USA wollen uns hier in Europa gegen die USA decken, damit sie sich selbst auf den großen Krieg mit China fokussieren können. Um fünf Prozent, sondern da geht es darum, dass dieser Krieg jeden Tag Menschenleben fordert. Das Furchtbares an dieser Front geschieht. Wer hat Schröder da jetzt hinschickt? Das war ja ein Vorwurf. Die Frage, ob man Schröder hinschickt. Ich will doch nicht, dass Schröder die Verhandlungen führt. Aber wenn jemand wie Scholz einen ehemaligen Bundeskanzler in seiner Partei hat, der einen Zugang hat, wieso schickt er ihn nicht hin und bittet ihn mal auszuloten, unter welchen Bedingungen Putin einem Waffenstillstand zustimmen würde? Das wäre doch eine Information, die wichtig wäre, statt immer zu sagen... Ich glaube, Putin würde Schröder... Das überzeugt mich jetzt tatsächlich nicht. Russland hat offiziell gesagt, unter welchen Bedingungen es einem Waffenstillstand zustimmen würde. Anerkennung der territorialen Realitäten, Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität. Das sind die russischen Forderungen. Die sind öffentlich bekannt. Natürlich kann man jetzt Schröder hinschicken und fragen, würde es vielleicht schon reichen, also wenn die Frontlinien... Also würde es reichen, wenn man bestimmte territoriale Realitäten nicht anerkennt, wenn die Demarkationslinie dann ein paar Kilometer weiter südlich ist. Aber es sind doch nicht solche Detailfragen, an denen Verhandlungsfrieden scheitert. Der Westen will diesen Krieg weiterführen. Die ukrainische Regierung hat sich durch völlig unrealistische Forderungen in eine Position gebracht, wo sie gesichtswahrend diesen Krieg gar nicht beenden kann. Und Selenskyj, der ist ja aktuell in der Stellung eines Diktators und wenn dieser Krieg endet, dann wird er wahrscheinlich weg sein. Also Selenskyj kann sich nur noch durch Kriegsrecht, durch die Abschaffung von Wahlen, durch die Abschaffung jeglicher Demokratie in der Ukraine an der Macht halten. Also das ukrainische Regime ist eines der korruptesten auf der Welt. Von 59 Prozent der Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden, hat das Pentagon. Keine Ahnung, wo sich diese Waffen aufhalten. Die befinden sich jetzt irgendwo auf den weltweiten Schwarzmärkten. Weil, ja, ukrainische Offizielle, die verscherbelt haben, um selber sich Geld unter den Nagel zu reißen. Also das sind die Tatsachen, die man einfach mal sehen muss. Wenn der Krieg endet, dann hat die ukrainische Regierung, dann hat dieses Regime eine große Einnahmequelle verloren. Dann werden solche Leute wie Selenskyj wahrscheinlich für ihre Korruptheit vor Gericht gestellt werden. Beziehungsweise müssen dann auf die Ukraine fliehen. Und Selenskyj, der hat ja in allen möglichen Ländern Willen. Also der kann ja dann ins Ausland fliehen. Der hat ja dann Vermögen von hunderten Millionen Dollar. Also denen wird es gut gehen, wenn der Krieg endet. Aber wenn die an ihrer Macht festhalten wollen, dann haben die ein Interesse daran, diesen Krieg so lange wie möglich fortzusetzen und die Frontlinie zu stabilisieren. Das muss man auch einfach mal sehen. Er will ja gar nicht verhandeln. Das wäre doch ein wichtiger Punkt. Also warum nicht Schröder als Emissär da hinschicken? Erster Punkt. Vladimir Putin hat vor wenigen Wochen selbst gesagt, wieso sollte ich mit der Ukraine verhandeln? Das ist seine Haltung. Und wir sollten... Weil die Ukraine völlig unrealistische Vorhandlungen stellt. Also wenn du gerade am Gewinnen bist in einem Krieg. Also Gewinnen ist in einem Krieg, wo hunderttausende Menschen sterben. Jetzt, wie gesagt, denken wir mal an dieser kalten politischen Haltung, wo, wie gesagt, Menschen Verschiebemasse sind. Und so jemandem wie Putin ist es egal, ob da hunderttausende Menschen sterben. Das ist westlichen Politikern auch völlig egal. Also da ist jetzt moralisch keiner besser oder schlechter. Aber ja, wenn dir das egal ist und du siehst, okay, meine Verhandlungsposition verbessert sich jeden Monat, der Feind fordert aber, dass ich bedingungslos kapituliere. Warum sollte ich dann mit dem Feind verhandeln? Also es ist eine völlig rationale Position, wenn man jetzt mal diesen moralischen Aspekt der sterben Menschen außen vor lässt, der Putin, wie gesagt, egal ist. Es geht in der Politik nicht um Moral, es geht um Macht. Hier nicht so tun, als wäre es irgendetwas anderes. Putin will nicht verhandeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich meine, Sie sitzen hier im warmen Studio und sagen, ja, also mit der Krim, das muss der Zelensky mal aufgeben. Das muss er doch verstehen. Das ist nämlich ein strategisch wichtiger Punkt für Russland. Nein, das muss Zelensky überhaupt nicht. Zelensky hat das gute Recht und dieses ukrainische Volk hat das gute Recht. Sein Territorium. Das ukrainische Volk wird gerade an der Front verheizt beziehungsweise ist vor diesem Krieg ins Ausland geflohen. Also es wurden schon zehntausende Menschen an der ukrainischen Grenze aufgegriffen, die eben nicht eingezogen fliehen wollten. Also das Volk steht nicht hinter ihrer Regierung, die wie gesagt Wahlen abgeschafft hat. Also Putin wurde demokratisch gewählt. Selensky hat Wahlen bis auf weiteres abgesagt. In Russland gibt es Oppositionsparteien. In der Ukraine wurden zumindest alle linken Oppositionsparteien, alle nicht-nationalistischen Oppositionsparteien verboten. Also das ist die Situation. In der Ukraine, da werden Journalisten vom Geheimdienst ermordet beziehungsweise ins Gefängnis gesperrt und sterben dann da. Also es ist die Situation in diesem Land. Also das ukrainische Volk hat nichts zu melden. Nein, das ist ein kleines korruptes Regime, was die Geschicke dieses Landes in der Hand hält und was letztlich auch nur von westlichem Geld abhängig ist. ... als sein Territorium zu bezeichnen und zu verteidigen. Wenn die Ukraine selber sagt, wir wollen das anders machen, dann können sie das tun. Aber das können wir hier nicht in diesem Raum im warmen Studio miteinander fadeln. Und noch eins. Aber trotzdem, die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist die, und das ist ja deutlich geworden, nicht nur jetzt, sondern auch früher, dass die Frage, ob man das militärisch zu erreichen ist. Deswegen fände ich es jetzt aus, wie gesagt, Wagenknecht hat sich ja stark geschlagen, sie hat die wichtigen Argumente gebracht, aber deswegen fände ich es aus agitatorischer Sicht sinnvoller, hier wirklich die ukrainische Regierung zu agitieren. Zu sagen, das ist ein komplett korruptes Regime, Selenskyr ist ein Diktator, hat jegliche Opposition verboten. Also der, man kann sich nicht anmaßen, für sein Volk zu sprechen. Wie gesagt, das ist eine Ebene, auf der ich Debatten eigentlich nicht führen wollte, aber wenn der Gegner so emotionalisiert, so moralisiert, dann sollte man auch mal auf dieser Ebene kommen, denn auf der Ebene, da gibt es wesentlich mehr Argumente gegen den Westen und gegen sein ukrainisches Marionettenregime als gegen Russland. Also wenn man auf der Ebene diskutieren will, wie gesagt, Wagenknecht ist das wahrscheinlich zu blöd, deswegen kommt sie mit sowas nicht und sie weiß, dass die Medien sie dann noch härter attackieren würden, aber ja, wenn man so eine Diskussion gewinnen will, sollte man vielleicht mal auf der Ebene kommen, denn damit kann man diese ganze Absurdität dieser, das ukrainische Volk, nein, nicht das ukrainische Volk, das ukrainische Regime will diesen Krieg. Also das, das könnte man ja vielleicht mal argumentieren. Diese ist,